Also, unsere drei verbliebenen R-Babys möchten sich gerne vorstellen. Der große Puppe ist der Rufus hier, der einzige Pupp. Ja, 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 ist schon ein großes Baby, aber immer noch ein Baby. Und hier haben wir die kleine, oh je, wie heißt sie denn jetzt? Reese, glaube ich, ist das. Das ist die Reese. Und hier, die ist die Raya, die ganz braune ist die Raya. Auch eine hübsche, liebe Mausi, ganz ein freundliches Baby. So ein bisschen, ja, Schäfi-Mixer. Mit einem kurzen Fell hier, so, was ein süßes Weibi bist du. Ein süßes Weibi, ganz lieb. Ja, sind noch nicht so riesig, er ist recht kräftig, ein kräftiger Pupp ist das. Und die Mädels sind zarter, also hier noch einmal, er ist der Pupp, der Rufus. Die Raya, das ist fast die Hälfte von ihm. Und hier ist die Reese. Ja, hallo, Schnucki. Hallo, Baby. Die sind ganz geschafft, die wollen alle ins Bettchen. Ha, ja. Swidi, Swidi. So, Süße. Hallo, Swidi. Hübsche Babys. Hübsche Babys. Füße, Füße, Füße. Da beschwört sich ja auch nachher einer da drüben, hm? Ho,论ão. Wir sind jetzt da. Aufschwanden. Ho, da hinten. Okay. Und jetzt. Ich bin jetzt da. darn Truman. bzw. oppose.